Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Ultimate Team. Heute wieder mit der englischen Mannschaft und The Special One als Trainer. Ja, dann los. Suchen wir mal einen Gegner. Und dann schauen wir mal, ob es wieder so ein spannendes Spiel wird, wie im letzten Part. Gäste ein. Oha, der hat einen Gast. Pümpel. Da ist Pümpel. Gäste. Pümpel. Drecksratten. Ja, mach halt ein Booster auf den Stürmer. Lol, was ist das hier? WTF? Was zur Hölle ist das hier? Ah gut. Das sind so mein. Das werden jetzt extrem auf Pressing spielen wahrscheinlich wieder. Und nun Etoor. Bitte attackiert. Was versucht er da? Ja, bitte. Danke. Es gibt Freistoß. Wir werden sehen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Eriksen. Boah, den hat er gehalten. Der Bravo, ey. Halleluja. Wille Fu. Wille Fu. Oskar. Und nun Etoor. Etoor, Oskar. Das ist ein kleines Passspiel. Miralas. Na, da wollte ich passen. Ah, das hat mich schon zu mit. Rodrigo. Walker, schön. Miralas. Bam. Etoor. Der erste Versuch aufs Tor. Oskar. Oskar, schön Remsee. Schön. Tomata. Remsee. Ah, da kommt keiner ran. Tyrone in Los Santos. Nein, schon nicht. Penz. Oh, Oskar. Alter Schwede. Oha. Delüfeu. Delüfeu. Na, so nicht. Dick hier. Sie spielen sich den Ball zu wie im Trennen. Das ist natürlich auch eine schwache Abwehr. Jetzt, Achtung. Und Oskar mit dem Lopfer. Wunderschönes Ding. Ich bin ziemlich leise gerade, merke ich. Ich bin mich ein bisschen am konzentrieren, aber ich hoffe, euch stört das nicht. Müsst ihr meine kommige Stimme nicht mehr ertragen. Ihr könnt einfach nur ins Fußball gucken. Ja, der gehe. Oha. Da unten steht noch einer. Delüfeu. Loll, der ist einfach durchgegangen. Ja, gut. Habt ihr ein Tor geschossen, seid ihr jetzt glücklich. Jetzt sind sie glücklich. Ne, geil, mach ich halt noch eins. Marta. Marta. Go Marta. Go Marta. Etuo. Etuo. Marta. Oha. Da wird der Etuo ausrasten. Krüttel. Baines. Oskar. Mimsy. Oh, Etuo. Ne, das war nicht gut. Das war nicht gut. Krüttel. DGR. Komm, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Bin doch gespielt mit denen. Ja, geht hier mal drauf, bitte. Alter. Ja, so nicht. So nicht, Junge. Oh, das ist aber ein bittes Frau gewesen. Halleluja. Und gelb. Javier. Javier. Maskran. Der Wumms. 89. Etuo macht das. Etuo macht das. Oh, Latte. Ne. Wieder eine krasse Chance. Schön. Walker. Oskar. Freistoß. Und das gibt Gelb-Rot. Wenn es der Clash ist. Oder? Was gibt es? Oder gibt direkt Rot. Ja. Oh Gott. Runter vom Platz. Maskerano. Den macht Etuo. Den macht Etuo. Das war so ein geiler Schuss. Der hat ja gar nichts mehr an der Fee. Ne, das ist Elfmeter dahin. Fee. Doch, den macht er. Oh. Ha. Und der geht ins Riemannsatz. Mist. Der war knapp. Hat aber gut reagiert. Der Torwart. Aber ihr habt jetzt eine rote Karte. Das ist ganz schwer. Oh. Dülüfü. Dülüfü. So nicht, Junge. Etto. Oskar. Ah, da wollte ich nochmal hochspielen, ey. Dülüfü. Oskar, Mann, 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 Mann. Weißt du, jetzt will man sich mal konzentrieren, um zu tricksen, ne? Man macht halt einen langen Ball. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, einfach. Marta, Etto. Etto. Wimsey, Etto. Oskar. Was für ein, was für ein, was für ein genialer Pass. Na. Wieder zu viel gespielt mit dem Gegner. Eckball. Kurzer Pass aufs Krüttel. Ach, Mann. Ja, und die Flanke abgefangen. Boah, die war perfekt gekommen auf Etto. Die Flanke. Mann, Mann, Mann. Warum gibt er mir den Anfesspieler? Komm, ich stehe nicht im Abseits. Hau weg. Du, 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 da steht keiner. Warum steht der Bänster nicht? Ja, besser man es ausgemacht, das Krüttel. Gut gemacht. Könnt ihr nicht einwurfen. Das ist keiner. Da ist niemand. Na komm. Mach einfach. Dülfülle schon wieder. Ramsey. Oh. Da wäre jemand durch gewesen, glaube ich. Der Etto. Der wäre durch gewesen. Gut, eigentlich könnten wir jetzt lange Bälle machen, ne? Ich mache das jetzt mit Ansagen. Lange Bälle. Weil eigentlich hat er ja nur noch einen in Verteidigung. Und das ist Biquet. Und der schnarcht dem Etto hinterher. Ne? Ja, gut. Dann, äh, machen wir das. So. Die armen zwei haben eine rote Karte. Was hat der vor? Der läuft dafür durch. W-Test. Der Rodrigo. Er kriegt ein Eck. Da gibt es einen schönen Konter. Ich lasse das Tor schon mal da vorne rumlaufen. Oha. Ja, also nicht. Ey, Tor, komm. Gib Gas. Oh, wer ist das da vorne? Ey. Ja. W-Test, was macht der denn da? Das war Fail. Riet, schön. Oh mein Gott. Dillefüll. Die wollen immer auf Dillefüll spielen. Rodrigo, ja. So nicht. E-Tor. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. E-Tor. 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 Gesehen. Boah, bravo ey. Was für eine geile Parade. Der Eriksen, ja, ja. Ah, schade. Manche in den Schuss. Oder Glückwunsch. Und wieder eine unfassbare Parade. Und wieder bewahrt er seine Mannschaft vor dem Witz. Also nicht. Geh weg, Junge. Baines, schön gemacht. Ja, reiß noch Eriksen um. Hey. Ist voll aggressiv. Baines. Na, dann werf ein. Komm. Bewegt mich nicht. Komm, ich bewege mich doch überhaupt nicht. Werf rein. Der will nicht mehr. Soll ich weggehen? Hier, komm, ich geh weg. Bitteschön. Oskar. E-Tor. So sieht das der Trainer gern. Oskar. Mann, 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 Mann. Soll ich langsam mal einen Führungstaffer machen. Alles klar, komm. Oskar. Geh sweatet. Eiskalt. Kenn ich nix. Kenn ich einfach nix. Genau. Danke vielmals für den Ball. E-Tor. Ramsey, Ramsey. E-Tor. Bravo. Schön gehalten. Ich bin echt gut gehalten. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Krieg ich keinen Freistoß? Nee, krieg ich natürlich nicht. Und der Kritterein. Skrittel. Gelb. Ist okay. Gib mir Geld. Komm. Komm. Gib. Skrittel. Deinem. WUH. So rot. Das ist nicht dein Ernst. Wie würde mich wieder verarschen. Wie würde mich wieder verarschen. Garut. So langsamer sicher. Was geht raus? Jetzt soll es über den Außen gehen. Na komm, scheiß aufs Krittel. Boah Giovanni Eto, Eto, Eto Tor, Eto, Samuel, der Samuel Und wieder den Liffel Sollte den stoppen so langsam Aha Elegant, gut gesprungen, da sieht der Verteidiger aber ganz, ganz albern aus Komm, der Tor, der macht dann nichts gegen die Alba Gute Übersicht, im richtigen Moment ist er am richtigen Ort Oh, Loll, WTF Was war das denn? Tja, Eriks, nee Total of crack Mega kaputt in der Birne Schade Schade Schön, das Spiel auf die Flügelverlage Der war Zucker Der war richtig Zucker Bisschen Glück bei der Roulette Roulette, bei der Roulette Da, durch die Beine, Junge Walka, langer Ball Walker, langer Ball Mensch, der bringt dir fast jeden Ball zum Schweden Matta, schöne Oskar Eto, kommt dann nicht ran Ist ok Oha Gott, Rego Komm Loll Ja, sie versuchen hier wenigstens den Rücken zu verringern Wenn er meint, das machen zu müssen Die verstehen sich blendend Ist er denn verrückt geworden? Das ist mehr als riskant, was macht er denn da? Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit der Leichtigkeit abfangen Der ist der Eto Der Samuel macht das Tor Ja, war Zucker Kann man, war ein wunderschönes Tor Kann ich nichts sagen Was ist noch eins? Ne, ich glaube ich kann es mehr hin, von der Zeit her wehen Oh, jetzt geht ja nochmal ein Freistoß Ja Wir müssen aber dann wahrscheinlich wieder mit unserer anderen Mannschaft spielen im nächsten Part, weil wir haben ja so eine blöde rote Karte gekriegt Komm, wir mit Hoge, raus aus der Mauer Mach schon mal nach vorne Mauer, auch was auf der Mauer, komm Ein Mauer, ein Mann Mauer Der kann nicht rausgehen Da hat er seine Arbeit bestens erledigt Ja, das macht er ganz souverän Und mit all der Ruhe, die ihn auszeigt Baines Schön, Oscar Baines Eto Ist mal getunnelt noch Oh, den hätte er gehabt, der Miralas Loll Ja Eto, bester Spieler wieder mal Richtig stark Na, jetzt bin ich mal gespannt Boah, Eto wieder drei Tore Alter, der wird zum Megatop-Score Hier, 9,8 Alter Schwede Zwei, 2 hat er geschossen Lars 1 Oskar 1 Und Rönfrann 1 Ach ne, ist ja auch Rönmata Ist ja nicht Rönfrann Aber allein wieder die Stats, ne Hammerhart Alles klar, gut Das war's Für heute Für jetzt Für gerade Für diesen Part Bis zum nächsten Part Tschüss